Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Mbappé trainiert nach Nasenbeinbruch mit Maske. Paris Saint-Germain PSG hat bestätigt, dass Kylian Mbappé, einer der Starspieler des Teams, nach seinem Nasenbeinbruch wieder mit dem Training begonnen hat. Der 22-jährige Stürmer wurde am Dienstag mit einer speziellen Schutzmaske gesehen, die ihn während der Heilungsphase vor weiteren Verletzungen schützen soll. Die Verletzung ereignete sich während des intensiven Spiels gegen Olympique Lyon, als Mbappé in einem Luftduell mit einem gegnerischen Verteidiger zusammenprallte. Noch während des Spiels zeigte er starke Schmerzen und wurde kurz darauf medizinisch versorgt. Eine detaillierte Untersuchung ergab einen Bruch des Nasenbeins, was Mbappé zwang, einige Tage auszusetzen, um sich zu erholen und die passende Maske anfertigen zu lassen. Der Teamarzt von PSG, Dr. François Bernard, erklärte die Situation in einer offiziellen Pressemitteilung. Kylian hat eine speziell für ihn angefertigte Maske erhalten. Diese Maske schützt seine Nase und ermöglicht es ihm weiterhin, an Trainingseinheiten und Spielen teilzunehmen, während die Verletzung heilt. Wir sind zuversichtlich, dass er durch diese Maßnahme keine weiteren Schäden erleiden wird. Fans und Sportexperten gleichermaßen zeigten sich beeindruckt von Mbappés Entschlossenheit und Professionalität. Trotz seines jungen Alters hat er bereits mehrere Verletzungen überstanden und ist stets schnell auf den Platz zurückgekehrt. Sein Engagement und seine Leidenschaft für den Sport sind unbestreitbar. Dabei bleibt er stets ein Vorbild für junge Athleten weltweit. Trainer Mauricio Pochettino äußerte sich ebenfalls zu Mbappés Rückkehr ins Training. Kylian ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einem starken Charakter. Er gibt immer 100 Prozent, ob im Training oder im Spiel. Seine schnelle Rückkehr ist ein Beweis für seine Hingabe und seinen Willen, das Team zu unterstützen. Wir sind alle sehr froh, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Mbappé selbst zeigte sich optimistisch und kampfbereit. In einem Interview mit Le Parisien betonte er, es fühlt sich gut an, wieder beim Team zu sein. Der Text auf de.de Die Maske ist ein bisschen ungewohnt, aber ich werde mich schnell daran gewöhnen. Ich kann es kaum erwarten, wieder voll durchzustarten und meinem Team zu helfen. Die kommende Spielzeit verspricht für PSG eine äußerst wichtige zu werden. Der Verein hat hohe Ambitionen, sowohl in der heimischen Liga als auch in der UEFA Champions League zu triumphieren. Mbappé wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Seine Rückkehr kommt also gerade rechtzeitig, um die Mannschaft im Endspurt der Saison zu unterstützen. In den sozialen Medien war die Unterstützung für den jungen Stürmer enorm. Fans auf der ganzen Welt sendeten Genesungswünsche und betonten, wie wichtig Mbappé für PSG und den internationalen Fußball sei. Zahlreiche Tweets und Posts zeigten Bilder und Videos des mit Maske trainierenden Spielers, untertitelt mit positiven Nachrichten und Glückwünschen zur schnellen Genesung. Die Reaktion der Fußball-Community betont einmal mehr Mbappés weltweite Popularität und seinen Status als einer der besten Fußballspieler seiner Generation. Experten loben nicht nur seine technischen Fähigkeiten und seine Schnelligkeit, sondern auch seine mentale Stärke und seine Ausdauer, die es ihm immer wieder ermöglichen, schnell von Verletzungen zurückzukommen und auf hohem Niveau zu spielen. Mit Blick auf die Zukunft hofft PSG, die Saison erfolgreich zu beenden und die Champions League zu gewinnen. Mbappé, Neymar und ihre Mannschaftskollegen arbeiten hart daran, dieses Ziel zu erreichen. Die Rückkehr von Mbappé ins Training ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verletzung langfristig auf Mbappés Leistung auswirken wird. Aber angesichts seiner bisherigen Karriere und der professionellen Betreuung durch das medizinische Team von PSG sind die Prognosen positiv. Mbappé, der aktuell in Topform ist und hohe Ziele hat, wird zweifellos alles daran setzen, seine Bestleistungen zu erbringen und PSG zu weiteren Erfolgen zu führen. Autor Anita Farke Donnerstag, Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.